Ich finde Handball ist ein vielseitiger Sport, in dem es auf Härte und Biss ankommt und das gefällt mir an der Sportart. Man blendet um sich herum alles aus und bereitet sich mental auf diesen Kampf vor, um den Zuschauern möglichst wohl einen Sieg rauszuzeigen. Wir sind heute über 2000 Leute nur für euch in die Herde gekommen und wir zeigen ihnen heute, was für einen geilen Handball bespielen könnt, aber was für eine geile Mannschaft wir auch sind. Dafür müssen wir alles geben und für einander kämpfen. Also geht da raus und holt die Punkte! Aus der Herde! Herzlich Willkommen in der EWD an der Neudeburg! Herzlich Willkommen bei uns jetzt ist es so weit, die ungelaufene Erinnungsshow vom VfL Neudeburg! Und wenn der Angriff ist, dann ist man eigentlich einfach unheimlich fokussiert und ist einfach im Spiel drin und man denkt eigentlich an nichts anderes mehr und dann gibt es halt einfach irgendwie nur noch das. Man hat irgendwie ganz viele Glückshormone glaube ich einfach in sich und der Moment ist einfach unheimlich toll und ich glaube da kann man einfach gar nicht, also das gar nicht so direkt beschreiben. Das ist einfach was ganz Besonderes und wenn man das glaube ich nicht selber mal so erlebt hat, dann kann man das glaube ich auch gar nicht so wirklich nachempfinden. Das ist einfach was total Besonderes. auch die Leute am plugsten lassen! Euer Christian!